Die nächste Europäische Serie ist die amtierende Weltmeisterin im Jahr 2006. Die nächste Europäische Serie ist die amtierende Weltmeisterin im Jahr 2006. Die nächste Europäische Serie ist die amtierende Weltmeisterin im Jahr 2006. Die nächste Europäische Serie ist die amtierende Weltmeisterin im Jahr 2006. Die nächste Europäische Serie ist die amtierende Weltmeisterin im Jahr 2007.